Es ist nun das Frankfurter Brett. Es ist ein Abschiedsgeschenk meiner Arbeitskollegin und demnach kein Werbevideo. Es ist die L-Variante mit Stahlbehältern, großer Schnittplatte, Öl, Grubenhandücher und Tabletthalter. Alle Einzelteile sind sorgfältig verpackt und sind von größter Qualität. Dieんle und Servutz, die Kuchen, die Kuchen undiel und Ältere Wurz. Die Kuchen, die Kuchen, die Kuchen und Schmutz. Man, Säker, die Kuchen und Schmutz gewinnen zu stellen. Die Kuchen, die Kuchen, die Kuchen, die Kuchen und Schmutz auf Bauen. Die Kuchen. Ich muss schon sagen, das Ding macht schon ganz schön was her in meiner Küche. Nochmal ein großes Dankeschön an meine Arbeitskollegen. Bis zum nächsten Mal.